Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Video. Und oh mein Gott, ich habe etwas Pinkes. Das ist so schrecklich, aber ich habe nichts mehr. Ich bin gerade von Arbeit gekommen und ich, ja, das war das Erstbeste, was ich aus meinem Kleiderschrank geholt habe. Aus den Tiefen meines Kleiderschranks. Ich glaube, das Oberteil war mal von meiner Schwester. Und ich bin heute mal wieder, ich habe heute mal wieder die Position gewechselt. Diesmal habe ich, bin ich neben meiner schönen Gitarre. Ja, okay, das pinke Outfit passt überhaupt nicht zum Thema des heutigen Videos, aber lassen wir es mal. Denn ich möchte in diesem Video meinen ausgedachten Harry Potter Charakter vorstellen. Als Kind, als ich in die Phase kam, wo ich diese Bücher gelesen habe, habe ich mir einen eigenen Charakter dort hineingestellt, den ich dann, vielleicht bei dem Film oder so, spielen würde. Also ich war ja früher immer so auf diesem schauspielerischen Trip aus. Und deswegen habe ich mir auch irgendwie bei jedem Film irgendeinen Charakter erschaffen, den ich dann selbst verkörpern würde. Aber ja, und bei Harry Potter war das so, ich habe dann wirklich in jedem Buch diesen einen Charakter mit eingelesen. Also Textstellen hinzugefügt, also dass dieser Charakter dann in den Büchern war. Mir hat es sehr gefallen und da hat das Lesen gleich viel mehr Spaß gemacht. Und ja, ich habe mich vor drei Tagen oder so erinnert daran, da ich auf Ask eine Frage bekommen habe. Und zwar war das die Frage, in welches Buch ich mich doch gerne hineinlesen würde. Und deswegen ist mir Harry Potter gleich so eingefallen. Und zwar, ich musste in mich gehen und alles rauskramen, was ich noch über den Charakter weiß. Denn es war wirklich, oder es ist wirklich, ich glaube, sechs, sieben Jahre her, dass ich dies getan habe. Und ich habe die Hälfte vielleicht vergessen. Aber ich habe jetzt ein paar Stichpunkte doch zusammenbekommen und ich möchte es euch jetzt vorstellen. Also, der Name dieses Charakters war Alex Say. Alex einfach, weil ich den Namen zu der Zeit sehr, sehr cool fand. Also, immer bei irgendwelchen Filmen mit Alexen, keine Ahnung, fand ich den Namen richtig, richtig genial. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass dieser Charakter auch Alex heißt. Und ja, so, und der Nachname Say, ich weiß nicht, ich glaube, ich war sehr unkreativ, was den Nachnamen betrifft. Ich bin generell so bei Nachnamen sehr unkreativ. Vor allem auch bei meinem Buch, weil die Nachnamen sind schrecklich. Und ich finde einfach keine schönen Nachnamen für meine Figuren. Aber okay. Aber ich finde so, als Kind habe ich immer so überlegt, wie könnte es denn nennen? Oder wie könnte es denn heißen? May, Say, Kay. Ich war irgendwie auf dem A-Y-Aus und ich weiß auch nicht, warum. Alex Say war in dem Haus Slytherin. Äh, einfach deswegen, weil früher als Kind, als ich so in der Harry-Potter-Phase war, gab es für mich irgendwie bis zum fünften Teil tatsächlich nur Slytherin oder Gryffindor. Und in Gryffindor waren die meisten, deswegen muss es einfach Slytherin sein. Und die anderen Häuser, ich denke, also, ich glaube, ich war noch nie so wirklich verbunden mit diesen anderen zwei Häusern, also Ravenclaw und Hufflepuff. Ich weiß nicht, ich weiß auch eigentlich gar nichts über das Haus. Ich habe einfach Slytherin genommen, weil Snape auch Slytherin ist. Und ja, ich mochte den Charakter sehr, Snape. Ich glaube, auch nur wegen dem Schauspieler dann im Film. Und Alex Say war wirklich mit jedem befreundet, also sprich mit Draco Malfa. Ich wollte unbedingt, dass sie irgendwas mit Draco Malfa macht. Ich glaube, deswegen habe ich sie auch im South Slytherin gesteckt. Ja, mit Draco Malfa, weil ich einfach Tom Feldman richtig cool fand, also richtig toll fand. Ich fand, ich stand früher total auf blonde Haare. Jetzt ist es eigentlich relativ egal, aber ich stand auf Jungs mit blauen Augen und blonden Haaren. Ich hätte beinahe blonde Augen und braune... Ja, und sie ist mit Draco Malfa irgendwie befreundet, sehr gut befreundet, sage ich jetzt schon mal. Dann mit Harry Potter kann sie sich verstehen, mit Hermine, mit Ron, mit Dumbledore, mit Luna, Lovegood und so weiter und so fort. Also sie versteht sich mit allem. Ist klar, man will nur das Beste für seinen Charakter. Dann habe ich noch sie sehr schlau erstellt und zwar schlauer als Hermine. Also sie sollte immer Zaubersprüche schon können, die Hermine gar nicht kann oder kennt oder keine Ahnung. Okay, was kann Hermine nicht kennen? Aber ich wollte das so gestalten, dass sie wirklich alles kann und im Laufe der Bücher immer mehr kann und immer mehr kann als die anderen. Und das waren es gerade sehr viele Merkerns. Und sie hatte so die Rolle, sie ist mit im Orden des Phönix und sie hilft Dumbledore und Snape. Also sie ist immer dabei, wenn irgendwas passiert. Und sie war auch mit, und das Geheimnis wird eingebunden von Dumbledore und Snape und Voldemort und so. Das wusste sie alles. Sie ist sehr schlau. So, das soll es eigentlich erst mal gewesen sein. Mir fällt sonst nichts ein. Also es ist irgendwie der Traumcharakter. Keine Ahnung, sehr schlau. Sie weiß alles. Sie ist mit in allen eingebunden. Sie ist mit allen befreundet. Und das war gerade mein Handy. Oh, meine Mama hat geschrieben. Ja, und das war dieses Video mit diesem Charakter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare da unten schreiben, ob ihr euch auch irgendwo einen Charakter erstellt habt in irgendeinem Buch oder einem Film, den ihr dann selbst verkörpern wolltet oder auch halt euch selbst in irgendetwas hineingelesen habt. Und kommen wir auch schon zur Endcard. Okay, und zwar, hier findet ihr zwei Videos. Und zwar, das wird hier von letzter Woche. Das wird die Challenge von Maria und mir sein, also die Babyfood-Challenge. Und ja, die müsst ihr euch unbedingt angucken, denn sie ist sehr lustig. Ja, okay, und hier kommt ihr dann zu meinem Gaming-Kanal. Also dort wird jetzt ein Let's Play abgespielt. Und einfach draufklicken und dann seid ihr auch schon auf meinem Gaming-Kanal. Und ja, unten, also unter mir hier, findet ihr dann noch ein paar Links für Facebook, Twitter, Instagram und Ask. Da oben könnt ihr abonnieren. Ich hoffe, ich zeige jetzt richtig, aber ich müsste eigentlich richtig zeigen. Und zwar, da könnt ihr abonnieren, wenn ihr abonnieren wollt. Und lasst auch eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt ja auch mal unter die, also in die Kommentare schreiben, nicht unter die Kommentare. Ich kann heute nicht sprechen, merkt ihr es. In die Kommentare schreiben, wie ihr so ein Video findet. Es ist mal was Neues und ich habe es bis jetzt noch bei niemandem gesehen. Und mal gucken, wie das Video jetzt ankommt, ob es sich überhaupt irgendjemand anschauen wird. Und ja. Und dann sehen wir uns halt nächste Woche wieder. Und schaltet ein und abonniert, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Ich weiß noch nicht, ob was kommt. Lasst euch überraschen. Okay, dann. Tschüss. Ich Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.